so hallo zusammen ich bin hier bei Kalliger Hall wie man sieht und hier leuchtet er aus und dann mache ich mich hier mal ins Pudel hin und guck mal rein der Sarjogge kommt da auch schon ganz gierig angeritt haben wir jetzt gerade so gesehen als Schattenabend so was war denn da gesplitterte Falschspitze hatte ich zumindest noch nicht dann zeige ich euch jetzt mal noch auf der Karte wo genau wir hier sind ich hatte die Primitive sehr schön also Sarjogge hat hier die Primitive ich hatte die gesplitterte ja hier wie gesagt am Rand von Kalliger High da findet ihr das Häufchen Elend viel Spaß beim Sammeln und Suchen und wir gucken mal was wir noch so finden bis dann